Ich bin Stefan aus Norddeutschland und ich brauche eure Hilfe. Seit meinem Autounfall kann ich mein rechtes Bein nicht richtig steuern. Nur wenn ich eine Zigarette geraucht habe, kann ich ohne meine Kröten laufen. Ich kann meine Beine für 10 Minuten kontrollieren und nachdem ich eine Zigarette geraucht habe und danach müsste ich wieder eine rauchen. Wer kann mir das erklären, warum das so ist? Jetzt habe ich euch etwas zeigen. Nun werde ich euch was zeigen. Jetzt werde ich eine Zigarette machen. Jetzt werde ich eine Zigarette machen. Ich habe einen Blick auf den Zettel. Das war's für heute. Wer weiß den Grund dafür? Bitte schickt mir eine E-Mail.